Wollen wir nochmal anfangen? Bist du bereit? Nicht der Augenprobe? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir nehmen euch heute mit durch unseren Tag und am Nachmittag geht es auch zur Hebamme. In meinem letzten Video war ich ja im Krankenhaus, weil ich so ein Ziehen im Unterleib hatte und vermutet habe, dass das Übungswehen sind, aber die Hebamme hatte gesagt, ich soll es bitte abklären lassen und da war ja zum Glück alles in Ordnung im Krankenhaus. Heute ist ein ganz normaler Vorsorgetermin bei der Hebamme. Ich bin immer noch in der 22. Schwangerschaftswoche und jetzt wird erstmal noch gearbeitet und zum Haus fahren wir auch nachher noch. Einiges noch zu tun, wir müssen Kisten ins Haus bringen. Ich habe schon eine Vitrine bei uns zu Hause leer geräumt und die Kisten wollen wir schon mal nach und nach immer mitnehmen ins Haus. Wir haben jetzt auch den Umzugsunternehmen, haben wir uns entschieden für eins und wir haben sogar eine Küche, zeige ich euch, so eine 3D-Planung bekommen. Genau, das habe ich euch nämlich gestern auch schon gezeigt, aber gestern habe ich dann nicht mehr weiter geblockt. Sorry. Und ja, das hat uns sehr gut gefallen, diese 3D-Planung. Wir wollten ja gerne dann so halt wie eine kleine Theke mit in den Raum haben. Da fehlt allerdings der Pin in dem Bild, der kommt noch. Ja, und dann halt nur in unserer Farbe die Küche. Das ist jetzt nur so ein Beispiel, eine Beispielfarbe und Front. Und der Mensch war auch da halt bei uns jetzt in der alten Wohnung, hat alles ausgemessen und im neuen Haus hat alles ausgemessen und daraufhin hat er halt diese Zeichnung gemacht. Und das hat uns total begeistert, wie schön das dann eventuell aussieht mit der Küche. Und ja, haben wir heute Morgen den Zuschlag erteilt und der Umzug ist dann in der zweiten Ferienwoche, Herbstferienwoche. Und da kommt jetzt ganz viel Arbeit auf mich zu, denn ich muss ja alles packen, die Kisten packen und ja, dass wir die halt nach und nach rüberbringen ins Haus. Jetzt sitze ich hier gerade an einer DM-Liste. Ich bestelle ja seit neuestem immer online bei DM und da suche ich mir gerade diese ganzen Koupons raus. Da kommt der Sparfuchs dann wieder durch. Oh Mann ey, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Wir sind hier am Aldi-Parkplatz, wir wollten nur eben noch was besorgen. Jetzt liegt hier jemand leblos und bewusstlos am Boden. Bernd ist jetzt also auf dem Weg dahin und hat die Krankenwagen am Telefon und erzählt das. Ach, jetzt ist er, jetzt bewegt er sich. Jedenfalls neben uns im Auto ist eine Frau, die macht Fotos davon. Unmöglich. Der hat sich jetzt bewegt und macht so, als ob alles okay ist, aber das sah wirklich, als ob der leblos ist. Er legt sich dann auf dem Parkplatz quer hin. Bernd hat ja schon jetzt den Krankenwagen angerufen. Jetzt steht er auf. Jetzt ist er auf dem Weg hier hin, der Bernd. Und? Nix, er hat erst nicht reagiert und dann hat er mich jetzt angepöpelt. Der hat dich angepöpelt? Ja, der Penner. Und was hat der Krankenwagen gesagt? Ja, er schickt trotzdem mal einen raus. Ja, okay, aber die wissen, dass der jetzt aufgestanden ist. Ja, hab ich gesagt. Nee, ist was los immer. Ja. Okay, dann können wir jetzt in Aldi gehen und die Matratze holen. Also, das hat jetzt wieder alles länger gedauert, als geplant. Im Aldi genervt. Wir haben hier diese Luft... Ich sehe nicht, wenn du den Spiegel zuhörst. Nicht eine Luftmatratze, eine Matratze für Calvinos Bett geholt. So eine 1,40 x 2 Meter. Und dann kam die Polizei und hat den Mann gesucht, der sich hier... der hier lag gerade. Und dann haben die vom Aldi gesagt, ja, der hat gerade noch hier drin randaliert und so. Also, der war wohl voll in einer anderen Welt. So, meinst du nicht, dass der Hund das fetzt? Nein, wir können das ja auch gleich die Matratze, wenn wir bei der Hebamme sind, hier vorne hin tun. Okay. Jedenfalls sind wir jetzt schon quasi auf dem Weg zur Hebamme. Denn, letztes Mal hat der Weg 1,5 Stunden gedauert. Und das, weil es jetzt so lange gedauert hat, alles Adresse eingeben noch bei der Hebamme. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Mit dem Mann, glaube ich, ne? Der da vorm Aldi lag. Egal. Der ist jedenfalls dann weggegangen und die Polizei ist dann auch ihm irgendwie hinterhergefahren. Nein, die haben einfach nur gesagt, okay, dann fahren wir auch wieder weg. Oder irgendwie so. Keine Ahnung. Es war jedenfalls sehr eigenartig. Jedenfalls habe ich mir zwei Umstands-Shirts geholt bei Aldi. In Größe S. Andere Größen hatten sie nicht mehr, aber ich kann es umtauschen, habe ich extra gefragt. Den Bon haben wir ja noch, ne? Was hast du da? Nichts. Ich habe nur gehustet. Das war fast ein Kotzen schon. Ich sehe nicht im Außenspiegel. Sei doch auch nicht immer so neugierig im Außenspiegel. Ja, ich nicht. Ja, jetzt haben wir noch zehn Kilometer bis zur Hebamme und dann kam uns gerade noch die kluge Idee, dass wir ja auch noch nach Ikea fahren könnten. Denn wir hatten ja, eigentlich habe ich schon alles im Einkaufskorb hier bei Ikea Online. Wir wollten das Bett haben. Brimnis heißt das, mit diesen Schubkästen. 1,80 Meter für uns. Aber da wir ja wahrscheinlich ein Familienbett haben werden die ersten Jahre wieder und wahrscheinlich auch noch mehr Kinder kommen oder hoffentlich noch mehr Kinder kommen, würde uns vielleicht 1,80 Meter zu klein sein. Deswegen... Wir haben den ganzen Raum als Bett. Ich kann auch unter uns bauen. Oh, was ist Holz? Du lachst. Ich weiß, dass du das kannst. Deswegen wollten wir uns bei Ikea nochmal Betten anglotzen. Was hast du da? Ich kann wirklich eins bauen in die Bargröße. Ja, ich weiß, dann mach das doch. Er will sie ja nicht. Wieso habe ich doch gar nicht gesagt? Dann hast du wieder bange, dass du durchfällst. Nein, ich... Das stelle steht immer noch. Naja, jetzt nur noch zur Hälfte. Ja, weil ich die andere Hälfte nicht abdrehen, weil ich sie so gut und geil gebaut habe. Ja, weil keine Zeit. Ja, und dann bauen wir uns doch ein Bett. Okay, Baumarkt. Ja. Ja, wir gucken mal. Also, wenn wir nach... Wahrscheinlich gehen wir nach Ikea, dann nehmen wir euch natürlich mit. Zur Hebamme nehmen wir euch auch mit. Ihr seid immer dabei. Ja, immer vorm Außenspiegel. Ja, immer vorm Außenspiegel. Ich höre jetzt auf bei der Fahrzeugblock. Ja, wir sind auf der Autobahn. Ich muss da gucken, ob da einer kommt. Wenn ich rüber fahre, da ist einer. Dann bist du ja Meister am Rollen. So, wir müssen noch ein bisschen warten. Und hier war ich in dem Raum, war ich auch noch nicht. Ich glaube, hier ist normalerweise seit der Geburtsvorbereitungskurs. So ganz häuslich eingerichtet. Wie zu Hause. Das habe ich mitgenommen aus dem Krankenhaus. Das machen die bestimmt gleich. Ich habe jemanden mit Mädchenfarbe ausgesucht. Ich bin Junge. Die hat gefragt. Die hat gesagt, ich möchte Mädchen. Ich möchte auch Hubschrauber. Kriege ich auch nicht. Was soll das denn ausziehen? Das mache ich ja. So, um dir das im Krankenhaus. Das ist das Herz von... ...der dir das gemacht ist. Genau. Bei Ultraschall haben wir ja gemacht auch im Krankenhaus am Kopf unten. Ich wollte nur eben sagen, es ist alles okay bei der Hebamme gewesen. Ich erzähle euch nachher die Details alles, wenn wir zu Hause sind. Wir sind jetzt in fünf Minuten bei Ikea und gucken uns Betten an. Und essen. Der Bernd hat mega Hunger. Ich kriege ja noch nicht. Er ist ja immer schlecht gelaunt, wenn er Hunger hat. Ja, immer gut gelaunt. Du bist ja immer von. Ich habe mir extra Brötchen mitgenommen, weil ich mir das schon gedacht habe, dass wir Hunger kriegen. Ich wollte ihm auch eins abgeben, aber mhm, mhm. Das macht ja auch so komische Fleischäppchen raus. Ja. Okay, bis gleich. Labyrinth. Warum muss man jetzt hier anstehen? Adresse abgeben muss. Echt jetzt? Wegen Adresse? Ja, klar. Das ist ein Restaurant. Oh. Und jetzt wird erstmal hier die Stärkung vollzogen, ne? Ja. Ja. Hunger, Hunger, Hunger. Ja, Glas ist auf jeden Fall, haben wir doch gesagt, besser als Kunststoff, oder? Ja, hier steht ja die Frost-Dings, oder? Dann gehe ich davon aus, dass wir das auch einfrieren können. Lass mich mal stören. Und? Möchtest du nicht warten? Schnell, ja. Rühmaschine, Mikrowelle. Okay, dann nicht. Lass mich mal stören, bitte. Bitte? Einfrieren ist ja problemlos möglich damit, oder? Ja, das ohne Probleme mit den Wickeln drauf. Das ist kein Problem. Wir haben ja schon mit Kunststoff. Wir wollen es halt auf Glas, um ein bisschen, weil da kann man in der Mikrowelle warm backen. Mit dem Kunststoff ist das halt immer so ein bisschen, ne? Ja. Da sind die Glasfelder schon besser. Ja, super, danke schön. Dann lass uns 10 oder 20 Wickeln machen. Dann lass uns erst mal 10 mitnehmen, bekommen wir jetzt eh öfter. Ja. Quasi. Ja, ja, klar. Können die nicht aufpassen. Es gibt hier auch, wo sind die denn jetzt? Die Bambusdeckel. Hier ist einer. Nur zum zeigen. Es gibt so Bambusdeckel extra, aber die kann man dann nicht mit einfrieren. Deswegen nehmen wir dann trotzdem die Kunststoffdeckel. Leider. Ja. Wollen die ja auch hier für Mikro... Ne, maximal 100 Grad. Die Kunststoffdeckel, siehst du? Dann verfärben die sich nämlich so doof. Dann brauchen wir 10 Deckel, ne? Ja. Wollt ihr Bambusdeckel mitnehmen? Nein. Wir haben die jetzt nochmal in 1,8 Liter gefunden. Liegen teurer, ne? Was kosten die? 3,99. 3,99 kostet 2 Euro der Deckel. Und die kosten 2,49. Und wie viel kostet der kleine Deckel? Weiß ich auch nicht. Während glotzt man eben. Einfach eingepackt. Gar nicht geguckt. 1,50 kostet der kleine Deckel. Ja. Und dann testen wir das erstmal, wie wir mit dem Glas klarkommen. Und dann können wir immer noch mehr kaufen. Bei Bedarf, haben wir gesagt. Wir nehmen jetzt diese Eimer mit. Mit so Klappdingern. Genau. Da kann ich nämlich, habe ich gesagt, die Wäsche super drin sortieren. Die kann man gut stackeln. Für den Hauswirtschaftsraum. Und die gibt es in groß und klein. Und jetzt haben sie nur die kleinen. Aber die nehmen wir schon mal mit. Beim nächsten Mal haben sie bestimmt nur die großen. Bei unserem Glück. Ein Bräutel. Ja, gebe ich dir. Nimm schon mal den Deckel. Einmal für 40 Grad. Dunkel. 40 Grad hell. Aber das sortieren wissen wir ja gar nicht. Was? Wie das sortieren. Das mache ich ja. Ihr schmeißt einfach alles in den Wäschekorb. Und ich sortiere das dann. Als fleißige Hausfrau. Und das stellen wir übereinander dann? Die stellen wir übereinander im Hauswirtschaftsraum, habe ich gedacht. Weil das ist platzsparend. Und besser als das ewige Wäschekorb-System, das ich jetzt habe. Bitte? Das sind 60 Liter Rötze, die auch noch haben. Ja, in groß. Genau, weil wir haben ja am meisten dunkel 60 und hell 60. Und dann mache ich eben hier. Wir haben uns jetzt noch drei Hotdogs mitgenommen. Also für jeden einen. Und letztes Mal, als wir da Hotdogs geholt haben, bei Ikea, da war das noch so, dass die das da belegt haben für einen. Das dürfen die jetzt nicht mehr, sagt der Bernd. Jetzt pass auf. Ich sage, und jetzt? Moment. Und jetzt? Und jetzt? Ich sage, das ist alles extra. Ey, was ist das denn für eine Soße? Das ist Senf. Senf? Ja, das ist nicht Senf. Nein, das hier? Achso. Egal. Und Zwiebeln gibt es nicht, dass Zwiebeln? Ich weiß nicht, wie hier sind alles drin. Ne, keine Röschen. Egal, jedes Mal ist es anders bei Ikea. und jetzt kommen wir noch zur Metro. Endlich zu Hause, wir waren doch nicht mehr in der Metro wir hatten keinen Bock mehr und ich habe schon gestern die Lasagne geschichtet klug wie ich bin dass wir die also heute Morgen dann schon aufgebacken und jetzt gerade als wir spazieren waren hatten wir die nur noch mal eine halbe Stunde an, dass sie jetzt so richtig schön kross ist und hier gibt es dann so grünen Salat und hier habe ich uns so ein Sahne-Essig-Dressing gemacht, da schnibble ich jetzt noch ein paar Zwiebeln rein und wenn wir dann gesättigt sind, dann erzähle ich euch alles von unserem Termin bei der Hebamme Jetzt komme ich endlich dazu Jetzt komme ich endlich dazu die Teile anzuprobieren hier die Schwangerschaftsteile Machen wir das mal eben einmal weiß mit einem schwarzen Unterteil da werde ich immer gefragt was das sind das sind so Tops einfach ohne Bügel ohne alles und ich hole die immer entweder auf dem Trödelmarkt oder bei Kick gibt es die für 5 Euro die sind total bequem kann ich sehr empfehlen so also gab es ja nur noch in S ne das müssen wir hier einmal so passt doch, oder? ein bisschen durchsichtig aber egal schreibt mir mal in die Kommentare ob das geht oder nicht einmal in weiß und dann habe ich das noch in blau mit Pünktchen in Deutschland ist es S und in Frankreich und so ist es M ja so okay dann kann ich ja jetzt anfangen euch zu erzählen von dem Termin bei der Hebange die hat wie immer Urin getestet dann testet die immer irgendwie wie heißt das Eiweiß und ob ich wegen Diabetes und sowas ist alles super Herztöne hat sie wahrgenommen gemessen halt einmal kurz mit dem CTG Dingsgerät die hört dann immer nur einmal so für keine Ahnung 20 Sekunden das war auch okay hat sie gehört Bewegung von dem Kind hat sie auch wahrgenommen ja und alles ist super und jetzt haben wir diesen Vertrag mitbekommen diesen für's Geburtshaus wenn ich da entbinde dass ich da ähm kann mich ja schon mal abschminken ne dass ich darauf hingewiesen werde dass sie halt ein Geburtshaus sind und keine Intensivstation haben und keinen Kaiserschnitt durchführen können und so und dass im Notfall ich halt ins Krankenhaus verlegt werde okay das ist alles super aber da steht halt auch ähm dass die ja halt einen Dampfschnitt machen und was auch immer alles notwendig ist was sie halt können die haben halt auch Saugglocke da und sowas alles oder Zange ich weiß nicht eins von beiden macht man nicht mehr aber eins von beiden schon entweder Saugglocke oder Zange haben die da und ähm dass halt ich gar nicht mehr gefragt werden würde mit meiner Unterschrift sind die halt zu allem berechtigt ne und da wollte ich die dann nochmal fragen hat sie auch gesagt dann lesen sie sich das erstmal alles in Ruhe durch ne und wenn wir uns dann in zwei Wochen sehen dann ähm können wir das alles besprechen weil ja ähm ich möchte keinen Dampfschnitt und ich möchte auch keine Saugglocke aber keine Ahnung also ein Notfall klar im Notfall ja aber ein Notfall ist auch schnell mal gemacht sag ich jetzt mal wenn jemand müde ist und nach Hause will und denkt oh dann bin ich jetzt aber schnell fertig mit der Michaela dann kann ich gleich nach Hause so ungefähr ach ich weiß es nicht mittlerweile bin ich schon so weit dass ich am liebsten zu Hause entbinden würde glaube ich aber das ist der letzte Schritt dem traue ich mich noch nicht da muss ich echt noch überlegen ich weiß wir haben wohl ich auch eine Hebamme für zu Hause die muss man auch erstmal finden ich weiß es nicht keine Ahnung Hausgeburt mal schauen naja jedenfalls ist soweit alles okay das ist ja schon mal super da habe ich mich sehr gefreut so ein Tuch war das übrigens von Balea die riechen richtig richtig lecker ja meine Lieben das war unser chaotischer Tag Ikea Geburtshaus arbeiten ein Mann lag leblos vom Aldi rum hier ist immer was los ja egal morgen habe ich frei und jetzt kommen auch ganz viele Besichtigungen für unsere also für die Küche die noch im Haus steht kommen jetzt ganz viele Menschen sich die angucken und dann geht es jetzt auch weiter es wird jetzt tapeziert in den nächsten Tagen Entschuldigung im neuen Haus und die Decke schon mal grundiert im Erdgeschoss damit es da auch weiter geht gut meine Lieben ich halte euch auf dem Laufenden in den kommenden Videos ich weiß nur noch nicht ob ich morgen vlogge oder übermorgen mal schauen lassen wir uns alle überraschen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss